Hallo, hier ist die Brokkoli-Brigade und wir spielen ein Science-Fiction-Spiel mit dem Hendrik, dem Säckel, der Erbse, der Bags und der Lori und die Karte ist Commander. Und wir fliegen gerade eben, jetzt fliegen wir zur Station, weil wir sind die blauen Superkrieger und müssen unsere Station erweitern, weil, auf der Karte sieht man, uns geht's ganz schlecht. Das war's nur ganz kurz und deswegen lade ich jetzt meine Truppen ab. Oh, und das sieht hier ganz schlecht aus, weil, äh, die Feinde sind überall. Überall. Ja, ich weiß, ich kann nur gerade nichts machen, ich versuche euch ordentlich abzusetzen. Ich würde ja gehen auf was schießen, aber ich weiß nicht worauf. Oh, was? Fuck. Was ist denn jetzt los? Oh nein. Raus. Okay, die anderen wissen's anscheinend. Was stieß denn da auf uns? Raus, ich bin raus. Ich bin auch raus. Oh Gott. Oh Scheiße. E drücken, E drücken, E drücken. Oh. Aua. Ich bin tot, glaube ich. Nee. Hallo Beck. Fuck. Ich renn weg. Fuck. Ich hab den, ich hab, da ist noch Mr. Wars und Säcke, ich komm zu euch. Scheiße, wo seid ihr denn? Ja, das war ja super. Oh Gott. Wir haben hier total die Übermacht. Oh. Oh. Oh, ich bin tot. Ja, ich... Was geschieht denn jetzt? Wir wollten eigentlich die Basis einnehmen, aber irgendwie... Ja, so macht man's nicht. Ja, das war eine glorreiche Schlacht. Kommander Kati ist enttäuscht von euch. Nein. Scheiße. Jetzt gibt's wieder keinen Nachtisch. Nein. Wenn ihr neu spawnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, spawnt bitte beim Esamir Warpgate. Das ist der dritte Punkt bei mir. Oh. Und dann holen wir uns alle Panzer. Dann holen wir uns Panzer und Panzer. Da ist die Erbse. Oh, was ein Glück. Oh Gott. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was ich machen muss. Ich auch nicht. Warte mal, ich sammle euch immer ein. Seid ihr gerade noch... Seid ihr alle gestorben? Keine Ahnung, wo ich bin. Ja, nochmal gleich. Ja, Erbse. Wo bist du denn jetzt hin? Ach, da bist du. Komm, wir warten mal hier und gucken, was passiert. In der Ecke. Ah, da schießt jemand auf uns. Oh, ich bin tot. Oh. Ich auch. Okay, ähm. Äh. Äh. Ja, wir spielen Planet 2. Oh, ich bin schon wieder zu hoch. Und wir gehen hart kaputt. Das ist so schön. In dem Spiel stirbt man nur. Das war krass. Hol dir mal einen Panzer. Wir holen mal die beiden Mädchen ab. Super Spiel. Ne, es sind ja drei Mädchen. Ne, ich steig bei dir ein. Okay, ähm. Wo ist das, wenn man mit Mädchen spielt? Ja. Ja. Aber Erbse kommt gerade wieder zurück. Erbse kann mit meinem Panzer anfangen. Ironie. Ich meine Loch. Ne, ich steig doch eigentlich. Wer hat uns denn alle getrübt? Ja, sonst fahren wir mit Erbse zusammen, Panzer. Ja, unser Ziel ist gerade eben, wir wollen eigentlich, äh, das Land befreien von den Lilanen. Und wir sind die Blauen. Aber irgendwie funktioniert das nicht, weil die... Hallo Sebastian Maria. Hallo, ich bin Panzer. Weil die Lilanen alles eingenommen haben. Und wir kacken hart ab. Und deswegen müssen wir versuchen... Ich seh euch. Die Frayer M Station einzunehmen. Oder zu halten, mehr oder weniger. Erbse, hier. Was? Oh, da, da sind alle. Okay. Aber hier ist doch ein Fahrzeug. Ja, hier auch. Ich bin gleich bei euch. Oh! Holt euch alle nen Panzer? Was? Ich bin in einem Panzer. Doch, ihr braucht ein Fahrzeug. Jemand kann bei mir einsteigen. Nein! Oh, das ist das ja groß! Die Erbse ist schon voll. Einer kann bei mir noch einsteigen, einer muss noch nen Panzer nehmen. Oh, schnell einsteigen! Verdammt! Ich fand so ein Panzer. Nein, bei Säckel müsst ihr einsteigen. Okay, da ist noch Platz. Yeah! Oh nein! Ich bin übrig! Du musst gewollt eignen. Hol dir mal nen Panzer. Wo gibt's denn noch einen Panzer? 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 Voll von dem Kanonenrohr erschlagen worden. Wo gibt's denn die Panzer? Zurück, da wo ihr her seid. Was? Bleib einfach da stehen. Fax holt einen. Bei diesen, bei diesen Panzerstationen. Ja, äh, wir versuchen zumindest jetzt mit nem Panzerplatoon alles einzunehmen. Der Commander hat uns jetzt, äh, zurechtgewiesen. Deswegen müssen wir das tun. Oh, wie schlecht sind. Weil sie das Spiel nicht spielen. Was habt ihr denn für einen? Lightning oder? Ne, äh, den, den, den teuren, teuren Panzer. Ah, okay. So, der kommt dann gleich und dann steigt die... Toll, dann bin ich schon drin, ne? Hier, Lori, einsteigen! Oh, gut! Da! Mach den Familienausflug! Oh ja! Okay, folgt ihr mir? Oh, okay. Wo bist du denn? Bei mir. Oh, vorsichtig. Hey, da landet einfach ein Flugzeug auf unserem Kerbex, ähm. Ja, ähm. So, ihr seid bei mir, Annik. Oh, je. Warte noch. Hat keiner gesehen. Ich hab das gesehen. Ja. Nein, verdammt. Oh, nein. Was macht ihr denn da? Ich geh's sonst. Okay. Dann folg mir mal. Ich fände das echt scheiße. Auf der Karte... Du kannst T drücken, dann kannst du hier raus und rein zoomen. Ah, sehr gut. Aber du kannst nur in der Innene Ansicht gut schießen. Ähm. Ja, dann ist das Rohr im Weg. Auf der... Auf der... Auf der... Auf der Karte... Auf der Karte sind grüne Einheiten. Das sind... Das ist unser Trupp. Die blauen hinter uns sind unsere Kumpels. Die helfen uns. Sehr gut. Wir sind jetzt ein Trupp von sechs... Ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf Panzern. Und wir fahren jetzt erstmal die Straße lang, weil wir jetzt eine Station einnehmen wollen. So ist der Plan. Okay. Ähm. Ja, die Brokkoli-Brigade muss noch etwas üben. Teilweise spielen das hier Leute zum ersten Mal. Bex und Lori zum Beispiel. Ich hab doch sowas nicht. Ich auch. Nein, wir sind jahrelange Prost und verdienen... Ich spiele das schon zehn Jahre. ...vonster Geld. Oh, 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 oh. Ich hab das programmiert. Die kleine Basis wird angegriffen. Warte gar nicht. Da sind noch blaue Leute. Nein, die hat aber jemand geschaffen. Da sind Brote. Ich werde abdreckt. Oben die Flugzeuge könnt ihr nicht erschießen. Das schafft ihr nicht. Die sind zu schnell. Hab ich schon mal geschafft. Echt? Ja. Dann schafft Möhrchen Auge Erbse das bestimmt auch. Ja. Nur Henrik nicht. Nur Henrik nicht. Hier ist irgendwo... Warte mal. Oh. Nicht mir folgen. Bleibt auf der Straße schön. Sagst du jetzt? Ja, ich hab gerade eben falsch was gesehen. Hä, wie lade ich denn nach? Mit R. Wie Richard Rucksack. Ja. Riesendödel. Jetzt? Doch, das dauert. Weiterfahren. Au. Deckel. Aufpassen. Augen auf dem Straßenverkehr. Kennst du noch nicht? Oh. Nee, ich war nicht im Straßenverkehr. Oh, wir werden angegriffen. Irgendwas greift uns gerade an. Was? Ja, das ist eine Flugzeug da eben. Okay, wir müssen... Umkehren, 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 umkehren. Nein. Ich hab gerade eben... Hier ist eine Station, die wird gerade eingegriffen. Die wird von uns noch gehalten. Na gut, umdrehen. Habe ich falsch gesehen. Entschuldigung. Da weiß man ja gar nicht, wo vorne und hinten ist. Gott. Los geht's, Party People. Piu, piu. Ja. Ihr habt nicht unbedingt unbegrenzt Munition. Manche haben das, die haben nur so eine... Ja, aber ich töte gerade das Flugzeug hier oben. Echt? Ja. Oh nein, ich muss nachladen. Ah. Aber es raucht schon. Ja! Er hat's getötet. Ja, aber nicht alleine, glaub ich. Nee, du kriegst auch Erfahrungspunkte. Ja, noch nicht. Du kannst hier Level aufsteigen, du kriegst Erfahrungspunkte und kannst mit den Punkten dir dann so neue Sachen kaufen. Neue Waffen, Fahrzeugauswertungen und so. Für Geld. Ja, oder für echtes Geld, was aber scheiße ist. Koks? Ja, ein bisschen Koks wär's. Jetzt möchte die Cardi das Lied singen. Ja. Der Commander. Kommander! Was? Welches Lied? Koks-Nutten-Lied. Nein. Nein, das ist kein Koks-Nutten-Lied. Da gibt's nur eins. Ach so, ja. Ähm. Ich bin nicht textsicher genug. Geld, Koks, Drogen, Nutten. Nein. Nein. Geld, Drogen, Nutten. Das war leider falsch. Mit Ficken fängt's an. Ja, Ficken, Geld, Drogen, Nutten. Achso, Fitten, Geld, Drogen, Nutten. Ja, stimmt. Das Wichtigste zuerst. Ja, aber dann kommt ja gar kein Koks da drin vor. Traurig. Ihr müsst mal kurz aufpassen. Hier kommen jetzt die Gegner, die diese rote Umrandung haben. Ja, das dachte ich mir. Oh, jetzt werd ich wieder mal überrascht. Racheiße. So, wir halten hier gleich. Wir fahren hier mal links hoch. Ja, aber... Bist du dir sicher? Ja. Ich bin mir sicher. Da willst du jetzt hochfahren? Ja. Das klingt gut. Ich glaub, deine Muni ist leer. Oh, deine Muni? Alter! Ah! Ah! Das bleibt gut. Nex, wir brauchen ja nicht hochfahren. Ich hab keine Muni mehr. Äh, ich fahr hier grad gar nicht mehr. Er macht sich selbstständig. Scheuer. Lass mal aussteigen. Wir müssen ja kaputtschießen. Ja, das machen wir. Nein, das ist ja... Wieso schwingen wir nicht? Die haben wir gleich. Wieder mal hin. Wer wusste denn jetzt da? Oh Gott. Ich werde angegriffen. Ich hänge im kleinen Unkopf. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Da ging er down. Das war ein feindlicher Panzer. Wir haben gerade eben im Teamwork einen Panzerplug gemacht. Ja, das ist nett. Das hab ich nicht mitgekriegt. Hier, steigt mal schnell bei dem Panzer wieder ein. Verdammt. Ich bin echt tot. Wir müssen diesen Stützpunkt da einnehmen. Diesen roten. Na dann tun wir das jetzt. Stützpunkt. Los geht's. Oh Bex, das ist gefährlich, was du da machst. Ach, machst du Sachen. Bex, was machst du denn da? Was machst du denn da? Weil die Muni leer ist. Willst du bei mir einsteigen? Steig schnell bitte ein. Das ist ein Auto. Ne, nicht bei mir. Lauf weiter. Lauf weiter. Das ist doch der Säckel. Das ist doch gar nicht du. Oh, der Panzer ist zu schwarz. Ja. Wir sind zu fett. Was? Das schafft es nicht mehr. Henrik, kannst du unseren Panzer reparieren? Ja, du bist doch Ingenieur. Ja, kann nicht. Scheiße raus. Was? Hier, da ist Luther. Kommt auf den Panther. Hier, das ist unsere Station. Kommt hier in diese Basis. Kommt hier in diese Basis. Jetzt steigen wir aus? Ja. Jetzt? Puh, das war nicht spannend. So, diese Stellung müssen wir halten. Ey, da kommen Leute rein. Ja, die müssen wir. Ey, Leute, ey. Ey. Ich wurde getötet. Oh Gott. Was hat sich stabilisiert? Ich hab beide umgebracht. Oh, dankeschön. Alter, wie kann ich denn jetzt... Ich nehm Medic. Ich nehm Medic. Wartet. Aber wie heil ich mich denn als Heiler? Das ist doch dumm. Warte, ich heil dich. Nichts machen. Du spawn ich denn jetzt am besten. Äh, immer noch. Der erste Punkt ist immer der schnellste. Nein! Oh Gott, ich bin tot. Das ist doch scheiße, so ein dummes Spiel. Hilfe, ich bin fast tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ah, ich... Also, Henrik, meinst du dieses Isamir-Warp-Gate? Nein, nein. Der erste Punkt... Warte, ich kann ihn euch gleich sagen. Wir sind jetzt alle tot, das ist aber nicht schlimm. Nein, irgendwas. Main... Main... Der erste ist... Main Main Spawn Room. Money Main. Ja. Da rein. Ich nehm einen Heiler, dann kann ich euch heilen. Ja. Ja. Es gibt fünf Klassen, Scharfschützen, Leicheninfanteristen... Aber Henrik, ich bin doch jetzt... Sanitäter, ein Engineer, einen Schwerenangreifer und so ein Panzermännchen-Typ, der alles kaputt schließt. Ja, aber macht das Sinn, wenn wir zwei Heiler haben? Ja. Ich bin Heiler. Ja, weil wir euch ja gegenseitig heilen könnten. Ja. So, ähm... Ich glaub, hier gibt's ein Flugzeug. Das Ding hier wird auch schon angegriffen. Lass uns mal ein bisschen zusammenbleiben, ich bin... Ich hab schon wieder keine Ahnung mehr, wo ihr seid. Oh Gott, da sind viel zu viele Leute. Ach du Scheiße. Ich bin direkt hinter dir, Henrik. Ja, ich jetzt auch. Okay. Das sind rote Punkte, ich laufe auf sie zu. Das hier ist so ne Hauptbasis. Ähm, es gibt auch so Innenanlagen und diese Hauptanlagen hier, die müssen wir halten vor den Gegnern. Und deswegen hier ist meistens, äh, Shooter-Action mir angesagt. Yeah, dafür. Ich bin tot. Warte, wo bist du? Ich heil dich. Danke. Oh, der Herr. Habt ihr nicht mal den Andruck? Ich bin schon wieder tot. Ja, warum liegst du auch da direkt vor meinen Garten? Ja, was soll ich denn machen? Ich kann mich nicht bewegen, wenn ich tot bin. Aber, oh, oh. Boah. Äh, ich krieg dich gerade nicht. Ja, ich respawn das doch gleich hier. Hier diese Ecke, wenn wir die irgendwie halten könnten, wäre das super. Oh, ich hab getötet, steht da. Hm. Wie schön wie der tut. Das Nachladen. Da dachte ich dich gut an.